Ein bekanntes Gesicht, dennoch ein neues Fahrzeug. Der Mercedes-Benz 280, 280E, 280C und 280CE. Die Erweiterung der bisher erfolgreichsten Mercedes-Benz Baureihe 200 bis 250 nach oben. Ihre hervorstechendsten Merkmale, neue Motoren. Sie gehören zu den modernsten Triebwerken, die heute auf der Welt hergestellt werden. Besonderes Kennzeichen, zwei oben liegende Nockenwellen. Diese oben liegenden Nockenwellen garantieren große Laufruhe, hohes Drehmoment und damit hohe Durchzugskraft im mittleren Drehbereich. Die Zylinderköpfe mit halbkugelförmigen Brennräumen und v-förmig angeordneten Ventilen. Diese Brennraumgestaltung ergibt ein sehr günstiges Verhältnis von Kraftstoffverbrauch und Motorleistung bei schadstoffarmen Abgasen. Dieses Aggregat beschleunigt das Fahrzeug von 0 auf 100 Stundenkilometer in 10,6 Sekunden mit Vergaser und in 9,9 Sekunden mit elektronisch gesteuerter Einspritzung. Die Fahrzeuge sind den neuen Motoren angepasst. Sie bringen die große Kraft sicher auf die Straße. Perfekte Technik für die Limousinen und die Coupés mit ihrer anspruchsvollen, individuellen, aber unaufdringlichen Karosserie. Für Sicherheit und Komfort ist viel getan worden. Leichter Einstieg. Vier Türen. Viel Platz. Oder, falls das ihr Problem ist, großer Kofferraum. Gute Rundumsicht. Einfache und leicht zu erreichende Bedienungselemente. Blendfreie zentrale Zusammenfassung der Instrumente. Und ein kleiner Wendekreis. Verkehrsgerechte Abmessungen. Kaum ein anderer Automobilhersteller bietet heute ein so komplettes Sicherheitssystem wie Mercedes-Benz. Alle PKWs sind nach diesem System gebaut. Die passive Sicherheit. Energieaufzehrende Front- und Heckpartien. In der Mitte die bis zu einer bestimmten Aufprallwucht feste Sicherheitszelle. Die Sicherheitslenkung mit großer gepolsterter Auffangplatte und darunter liegendem Pralltopf. Das weit hinter der Vorderachse liegende Lenkgetriebe. Die teleskopartig ineinander schiebende Lenksäule. Sicherheitszapfenschlösser. Die Türen bleiben auch nach einem Unfall geschlossen. Alle Teile, auf die Insassen aufprallen können, sind entweder gepolstert, entschärft oder versenkt angeordnet. Das Zweikreis-Servo-Bremssystem, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, sind nur einige Beispiele aus unserem Sicherheitssystem. Einige Beispiele aus dem Sonderausstattungsprogramm. Die progressiv wirkende Servolenkung. Das heißt, sie unterstützt sie dort am meisten, wo der Kraftaufwand am größten ist. Die Automatik. Ohne Kuppeln und Schalten fahren sie mit der Mercedes-Benz-Automatik, wie der Verkehr es jeweils erfordert. Sie können sich mit beiden Händen am Steuer auf das Fahren konzentrieren. Gas geben und bremsen, das ist alles, was sie tun. Die Scheinwerfer-Wisch-Waschanlage. Die starke Motorleistung des 280 und 280e. Das sichere Zweikreis-Servo-Bremssystem. Das spurstabile Fahrwerk hinten, die Mercedes-Benz-Diagonal-Pendelachse, ebenso wie alle Maßnahmen, die den Fahrer fit halten, ihn im Straßenverkehr entlasten, sind aktive Sicherheit. Sie helfen, Unfälle zu vermeiden. Ein Mercedes-Benz muss nur alle 15.000 Kilometer zum Wartungsdienst. Das spricht für die Konstruktion, die Qualität der Materialien und die Verarbeitung. Vom Türschloss über die Polsterung, die Karosserie und die Achsen bis zur Fünf-Schichten-Lackierung. Perfekte Technik, Sicherheit, Komfort und starke Motoren. Das bedeutet für Sie, schnell sein und sicher und fair. Denn dem Starken fällt es leichter, rücksichtsvoll zu sein.